Es ist ein perfekter Tag, ich warte auf dich im Park, dass du schnell zu mir kommst und mir die Ware bringst. Meine Medizin heißt Heroin und ich nehme sie zu mir, wenn ich überdrüssig bin und es kommt vom Heroin. Ich drehe sinnlos meine Runden und ich warte schon seit Stunden, sehe Pärschen beim Küssen zu und wer nicht kommt, bist du. Meine Medizin heißt Amphetamin und ich nehme sie zu mir, wenn ich euphorisch bin und es kommt vom Amphetamin. Meine Medizin heißt Ketamin, ich nehme sie zu mir, wenn ich selbst mitleidig bin und das bin ich meistens wegen dir. Wieso bleibst du so lange weg? Ich rühre mich nicht vom Fleck. Das war es noch. Das war es noch nicht, aber es ist vielitezig. Untertitelung. BR 2018 Der Tag war fast perfekt, ich musste lange nach dir fragen. Es war wie immer stark gestreckt, doch anders kann man's nicht ertragen. Meine Freundin heißt Kokain und sie kommt zu mir. Wenn ich sehnsüchtig bin, dann sehne ich mich nach Kokain. Ich betrüge sie mit THC, die ich an manchen Nachmittagen seh. Wenn man mit Substanzen herumhantiert, dann wird die Situation schnell kompliziert.